Lohapatra Asana, die Stellung des Yogameisters Lohapatra. Elena zeigt, wie es geht. Von der Sitzhaltung ausgehend, gib die Fußsohlen auf den Boden und bringe dann die Hände auf den Brustkorb und bleibe ruhig. Dieses Lohapatra Asana, die Stellung von Lohapatra. Lohapatra ist die Bezeichnung einer der 84 Nath-Siddhas. Die Nath-Siddhas sind die vollkommenen, die Siddhas einer bestimmten Tradition, eben der Nath-Yogi-Tradition. Und dieses Asana ist nach ihm benannt. Viele der Asanas, die nach den Nath-Siddhas benannt sind, zeigen Menschen in einer sitzenden Stellung auf unterschiedlichste Weise. Hier eben die Hockstellung mit Füßen auf den Boden und Gesäß auf dem Boden.